Was es bedeutet, ein Social Media Influencer zu sein? Es bedeutet, wir sind die erste Generation von Menschen, die, wenn wir etwas Sinnvolles zu sagen haben, die Welt dazu bringen können, uns zuzuhören. Das ist keine kleine Sache. Viele großartige Wesen sind in eine Vergangenheit gekommen, aber als sie sprachen, hörten wir es kaum zehn Menschen. Das ist das erste Mal in einer Geschichte der Menschheit, dass jeder vernünftige, fürsorgliche Mensch die Welt verändern kann. Also herzlichen Glückwunsch und danke, dass ihr hier seid. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.